Die Gelegenheit, um sich wieder zurückzumelden, sauber gesprungen. Wieder ein kleiner Wünscher. 22,75. 22,75. Ganzl haut der Lamm. Ganzl haut der Lamm. Herzen Hundertstel. Faderbot. Liegt da vorne. So, jetzt. Direkt dran, jetzt ist er ganz eng, ganz eng. Was macht er jetzt draus? Das Beste. Oh, dann schlagt er mich. Stürzen hast, seine mit den Knie. 46, Hundertstel hat. Vorne von allen Läufen, die ich gesehen habe. So, 1,20. 4,30. Da ist er auf Rang 3. Im Moment ist er auf Rang 3 unterwegs. So für die Hundertstel. Oh, mein Hundertstel hat er geredet jetzt. Sauber. Sauber. Voll diskiert. 14,67. Da die erste Zwischenzeit. Hat der noch keiner oben. Hat der noch keiner. Wie fährt das da? Wie fährt das Uhackerle? Sauber. 36, 1,37. 1,38. Beste. 4,70. Handelsbrechen führt. Armin, ich wäre verrückt. Edi, seien wir nicht böse. Schau runter. Aber er bleibt stehen. 1,092. 1,092. 1,092. 1,092. Boah. Er nimmt die Geschwindigkeit mit. Er nimmt alles mit. Er nimmt alles mit. 31,25. Hilder 10. Jetzt aufpassen noch. 1,093. 1,093. Brauchte er. Dritter. Jawohl. Um 200 sind wir dabei. Jawohl. Das ist gut. Rang 3 für Max Schraber. Aufpassen noch. Aufpassen noch. Robert, aber weit raus. Das wird wieder was kosten. Aber ein bissl was kann er verlieren bei 1,17. Vollsprung an mich. 100. Er verliert. Sauber. Du durch das Loch durchgefahren. Aufpassen noch. Und da haben wir alles nur im Innerschi gefahren. Menschheit, der spinnt. Da hat eben der Weiche vorher schon. Was hat er verloren? 3, 4, 5 Cent in dem Abschnitt. 31, 32. Das wird wieder Knobbeer. Komm, alles der Bogen. 33, 34. Es wird Knobbeer. Aber es sind noch 76. Pass auf Steff, jetzt da. Ganz eng. Ganz eng. Hannes. Frau Hannes. Weltmeister. Gratulation. Ich sag dir am liebsten, gab dir den Busern. Ich freue mich so mit dem. Manni, der hat sich das jetzt noch liebsten. Steff, los nix anbrennen. Los nix anbrennen. Das wird ja eine 6er Zeit. 1,06, 64. Ich glaube, jetzt hört der Löcher. Jetzt muss es passen. Jetzt muss es passen. Sehr eng, sehr eng. Fast ist kurz. Schau mal das an, hörst. Der hat das geschickt gemacht. Das war super. Kaum abgehoben. Und ist schnell. 20, 21, 22. Es geht um seinen Sieg hier in Kitzbühel. Um seinen zweiten Sieg auf den Streif. 1,51. 1,52. 1,52. Ihr Sieger. Ein falsches Leben von Eberharder. Jawohl. Das ist es. Und ich gratuliere genau zu mir. Der fährt. Der fährt, du. Ich fahr mal schwitzen. Knappe, halbe, sie tut. Er hat der Vorsprung. Jetzt aktiviere alle Schwierigkeiten. Aber sofort korrigiert. Fährt wieder auf zwei Ski. Sauber durch die Kurven. Sehr gut. Ich krieg keinen Schwitzen. Ich krieg keinen Schwitzen. Das schaut super aus. Dann gibts gar nicht von mir. Das passt. Knapp 110 km. Super. Passt schon. Mach zu. Und jetzt geht raus. Ja, ja, ja. 131. 131. 141. Buh! Antoine Denaria. Jetzt noch die Parabolika. 30! Der holt das? Wenn er jetzt nicht niederlegt, dann holt er's. An der Kante. 141. Halbe Sekunde. 1. 1. 1. 1. Eine, eine, 119,5. 119,5. Es gibt noch Kloppen. 2,03, 59, 2. 0,01, 2,02. Ja, das ist alles! Endlich einmal! Super! Das brauchen wir jetzt. Ja, den ließ das, Hone. Der Fluch ist ein Moment! Nein, ich habe ihn mit mir selbst gesprochen. Für Jahre und Jahre.